Naja, wir sollten nicht vergessen, dass Gucci ihren Abschluss hat, Abitur in Energiekunde und... Ach, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Wo soll denn das jetzt rein? Achso, wir müssen ja erstmal durch den Ventilator, oder? Da können wir doch durchspringen, oder? Und heppa! Okay, wir können... Was macht das eben? Okay, egal. Überall ist Stacheldraht hier. Die Wohnung? Wie die Wohnung? Wo ist meine... Wo ist meine... Wo ist meine Batterie? Hä? Ich hatte doch eben eine Batterie. Habe ich die fallen gelassen? Okay, wahrscheinlich brauchen wir sie doch nicht mehr. Was ist denn das für eine Wohnung hier? Und von wem? Campus Affiliated Institution Wallet City International University... Seht ihr? Das ist... Jemand hat hier irgendwie Fach und irgendwas. Okay. Sorry. Hoffentlich setzt er sich nicht drauf. Wir müssen natürlich so gut wie ungemerkt bleiben hier. Wir dürfen uns nicht so viel erlauben, hier umzustellen. Die Pulle lag schon auf dem Boden. Was ist das hier ein Scheißhaus? Okay. Da oben geht's durch. Wie? Hä? Hä? Ja, aber auch. Wir können uns hier... Was? Heizung. Ja. Das ist schön warm hier, oder Gucci? Naja. Okay, wir gehen einfach mal oben durch. Was ist denn hier? Wohnt hier jemand? Hallo? Was ist das für ein Radio? Ne. Ne. Was ist das für Musik? Was? Was? Ja, wir wollen ja nicht auffallen hier, ne? Daher lassen wir das mal an. Was? So, wir fühlen uns erstmal wie zu Hause hier. Ist ja ganz normal. Erstmal schön rumkratzen. Und alles kaputt machen hier. Wer auch immer hier wohnt, du wirst es nicht leicht haben mit mir, mein Freund. Ja? So. Jem habe ich es gezeigt jetzt hier. Was ist denn das hier? Picherstapel. Was? Metallicke? Metallicke? Metallica? Da liegt einfach mal eine Pulle im Waschbecken. Was wohnt hier für ein Säufer? Und hier soll ich mich zu Hause füllen? Ne. 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 Das ist aber nicht Gucci-like, ne? Guck mal weg hier erstmal alles hier. Ich brauche meinen Platz. So. Brauche Hilfe. Was? Okay. Gut. Ich gehe mal nochmal kurz aufs Klo. Wo war denn das Klo jetzt hier? Hä? War hier nicht eben noch ein Klo irgendwo? Warte. Hier draußen? Ah ja. Hier. Hier wollte ich nochmal gucken. Ach nee. Hatte ich ja schon. Ich dachte, ich kann aus dem Waschbecken saufen. So. Da haben wir schon gekratzt. Hier können wir auch mal rauf. Das. Okay. Es regnet drauf, dass wir überall hier mal waren. Nicht wahr? So. Okay. Gut. Witten wir uns mal hier. Was? Daten korrumpiert. Ich brauche Hilfe. Ja. Okay. Gucci. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Was? Ich bin doch ein Körper. Moment. Moment. Da antworte ich jetzt mal hier exakt drauf. Durch Tür gehen. Einschalten. Körper. Was? Was? Durch Tür gehen. Einschalten. Körper finden. Moment mal hier. Da habe ich das letzte Wort, aber noch nicht mit dir gesprochen hier. Durch Tür gehen. Körper. Moment mal. Ich habe das letzte Wort hier. Ja. Was ist das da? Guck mal da. So eine komische Stab. Miau hier. Statue. Hm. Okay. Durch Körper gehen und Tür finden. Na gut. Hä? War die Tür nicht offen? Ach da. Okay, ich vertraue dem mal, ne? Ich meine, wie das hier aussieht wie ein Saulahn. Da kann nur irgendein Dreckschwein drin wohnen. Okay, was haben wir hier? Oha. Ah. Kommunikationszentrale hier, oder was? Ähm. Okay. Hier ist aber jemand nerdig. Computermäßig am Start hier. Stecker. Stecker. Hier sind überall Stecker. Was ist denn das hier? Tonstudio, oder was? Kann man hier singen? Miau. Miau. Ha. Vielleicht hier nach oben. Da ist irgendwas. Oh. Da musst du mich so nah filmen, eigentlich. Ach, doppelt gleich. Okay. Was ist denn das? Was ist denn... Das ist ein Stecker, ne? Das ist ein Stecker. Und runter. Ein Stecker haben wir schon mal. Wo stecken wir den rein? Komm, wir nehmen mal hier. Ist irgendwas angegangen? Ich glaube schon hier, ne? Dieses Null hier. Hallo? Hey, red mit mir. Red doch einfach mit mir. Du zeigst mir Null. Wie soll ich denn hier irgendwas machen? Ja, Technik. Da oben ist auch noch irgendwas. Da ist noch ein Stecker. Da ist noch ein Stecker. Was ist das hier? Hä? Haha, ah. Ja. Also ich muss sagen, wir haben ja eigentlich kaum irgendwas verändert in der Wohnung. Das ist alles so, wie es sein soll. Da ist ein Schlüssel. Was steht da? Okay, kann ich nicht lesen. Wir nehmen erst mal den Stecker hier. Den Stecker, bitte. Und hab. So. Jetzt machen wir mal, ähm... Mietzi, bist du damit einverstanden, dass wir... ...das in den vierten stecken? Okay. Dann machen wir das. Und hab. Oha. Da ist das nächste an. Passiert jetzt irgendwas hier? Hallo? 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 Ne, man auch nicht. Ne, natürlich. Wir brauchen wohl alle vier. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Und hier so. Huh. Nehmen wir uns den Stecker. Wieso versteckt hier jemand seine Stecker? Achso, vielleicht braucht er die irgendwo anders. Da oben könnte man auch was reinstecken. Gut, wir stecken aber erstmal jetzt hier in den ersten. Okay, die Monitore gehen an. Wir brauchen wahrscheinlich alle Monitore, ne? Ähm. Wo könnte hier noch was sein? Stecker hier? Höh. Achso, ich dachte, wir könnten währenddessen eventuell... Hm. Der Schlüssel sieht halt so komisch aus, ne? Ähm. Komm, hier muss doch irgendwo noch ein Stecker sein. Sein... Was ist das hier? Achso, Stuhl. Stecker, Stecker. Die Suche nach dem Stecker. Oder brauchen wir nur drei? Ne, das kann auch nicht sein. Das halten wir nicht sehr viel... Oh, Moment. Hopp. Ähm. Ja, gut. Hier oben zu sein geht, aber hier... Kommen wir zunächst irgendwie. Ich sehe jetzt auch keinen Stecker mehr so richtig. Ah. Oder übersehen wir was? Kann das sein? Rrrr. Guck, wir machen mal nochmal einen auf diesen. Nee, nee, nee. Währenddessen können wir da nicht rauf. Halt. Nee. Stecker? Stecker? Und immer die scheiß Festplatte hier weg. Ah. Verdammter Dreck. Scheißzimmer hier. So, können wir jetzt vielleicht irgendwas machen? Hey. Ist hier jemand? Mayday. Mayday. Miaui. Miaui hat Probleme. Da kommen wir zwar auch hoch, aber hier waren wir schon mal. Äh. Ne, okay. Alles Zentimeter genau abgehen hier. Das sah eben auch kurz aus wie ein Stecker. Wir kommen ja auch nicht mehr raus, ne? Können wir hier noch rauf. Was ist denn das? Ist hier eine Lupe? Kann man da durchgucken? Kann man da gucken? Hallo, ich würde gleich mal durchgucken. Ah, schade, die Kamera lässt es mich nicht. Äh. Ne, ist auch nix. Da brauchen wir auch nicht rauf. Äh. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir nur drei Stecker brauchen. Warte mal, wir probieren mal was. Ne, die kriegen wir gar nicht mehr raus. Ah, 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 ah. Ah, okay. Wo ist jetzt der vierte Stecker? Wieso versteckt der das überhaupt? Ne. Hier noch irgendwo was? Da, guckt mal. Da, ganz versteckt. Ihr kleinen Lümmel, ha? Ja, aber nicht mit Kutschi Kutschi. So, jetzt rein damit. So. Oh. Oha. Hey. Mayday. Mit sie erfolgreich... Erfolggerecht, äh, erfolggerechtet hier. Hä? Ist das irgendeine Figur? Hallo? Äh. Hilfe. Was ist das? Achso, ich kann da überhaupt seinen Kopf drauf. Nö. Was steht da? Kann ich wieder mal nicht lesen. Ah. Wir müssen helfen. Na, natürlich müssen wir helfen. Da oben ist was. Moment. Können wir irgendwo rauf? Da rauf hier? Ne, da können wir nix rauf. Nix rauf! Da können wir auch nix rauf. Hä? Ach, hier. Hier vielleicht. Ne. Okay, wo soll das? Ach, da... Ah! Verstehe. Wir sind schlau. Okay, was ist das? Drone Companion. Hä? Okay, ich werde mal runter damit. Ah. Hopp. Oh, ich bin genau reingesprungen. Hey. Was ist das? Ist das irgendwie, äh... Moment, da soll ich mir mal ein Licht angucken. Äh. Okay, das sieht aus wie so eine Brille irgendwie. Ja, ich denke, wir müssen das irgendwie bei denen reinmachen oder so, ne? Oder? Na? Drone Companion. Hä? Okay. Wahrscheinlich doch nicht direkt da rein, hä? Aber es muss ja irgendwie hier sein. Okay, seht ihr? Wenn ich das ablege, sind die Monitore wieder an. Vielleicht müssen wir das im Vorzimmer irgendwo einbringen. Was? Guck mal, ein Pfeil. Ach, hier? Ah! Huh. Was passiert? Äh. Äh. Das ist keine Brille. Das ist irgend so ein... Vieh? Oh. 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 Was ist... Hm. Bestimmt ein cooles Gadget. Für irgendwas. Los, Gucci. Gönn dir. Was steht da? Äh. Ach, B12. Hallo. Na? Was willst du? Was willst du? Ja, ich hab dich befreit. Äh. Äh. Was? Äh. Mie. Wieso? Ah, jetzt ist er wieder da. Ach. Sie ist auf dem Ausschalter gekommen, oder? Hä? Äh. Was? Ja, ja. Ist richtig. Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Ich bin... Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Nicht wahr? Es ist gefährlich in der Totenstadt. Aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass es von hier verschwinden. Folge mir. Äh. Nicht allein trifft B12 getroffen. Äh. Freigeschalten. Okay. Ne, wo ist der denn jetzt? Da? Ist er das? Uff. Dieser Schlüssel schließt die Türen auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Find ich gut. Schlüssel nehmen. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Äh. Ja, ich komme. Moment. Du mu... Den musst du dir noch umlegen. Was? Was ist denn das? Hä? Hä? Wieso sitzt die so komisch? Ach, weil das schwer ist. Ja, das ist toll. Aber. Das ist schwer. Wohin denn? Komm, wir schleppen uns erst mal. Ah. Hä? 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 Was? Was? Was bringt das? Hä? Hä? Äh? Sie will nicht. Kann das sein? So gut. Aber okay. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Er scheint so. Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Ah, okay. Drücke Tab um das Inventar... Ach, wir haben Inventar sogar. Untersuchen. Aha. Ah, okay. Okay. B12 anzeigen. Erinnerung 0%. Okay, wir. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Okay. Gut. Okay, wir sind... Was wir einfach alles hier finden, auf einmal. Wir kriegen hier richtige Ausrüstung. Okay, wir müssen hier raus. Ähm... Einen Schlüssel haben wir. Also sollten wir auch irgendwo ne Tür finden. War das da nicht ne Tür? Lesen. Da steht, ich hoffe, das funktioniert. Ja, gut. Offenbar nicht, ne? Das ist doch keine Tür hier. Gucci. Okay. Können wir nicht runter? Ach so. Hopp. Nee, wir brauchen hier irgendeine Tür. Tür. Was ist das da? Ah, das ist die Tür. Öffnen. Ah, cool. Wieder Gegenstand zum Verwenden. Jawoll! Komm, B12. Wir schaffen das. Drücke 2, um die Taschenlampe zu... Ist das einfach mal cool. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nichts mehr. Okay. So, das machen wir natürlich auch gleich mal. Können wir hier ein bisschen was sehen. Ähm... Irgendwelche Malereien. Eine Uhr, die ich nicht erkennen kann, wo die Zeiger weg sind. Hä? Ja, Klassiker. Okay. Ähm... Na gut. Das war wohl jetzt nicht, um groß was zu finden, sondern einfach nur, damit wir wissen, dass es das gibt. Okay. Okay, Lampe können wir erstmal wegnehmen. Was? Ach so, Code eingeben. Vier Störchen. Okay, den werden wir wahrscheinlich hier drinnen finden. Ein Code. Da steht was. Code. Geh mal weg hier, du Scheiße. So. Äh... Drei, sieben, vier, acht. Okay. Wir räumen die ganze Bude um hier. Drei, sieben, vier, acht. Ähm... Drei. Wie schreibe ich denn das? Äh... 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 Was war das? Nochmal. Drei... Sieben, vier, acht. Haha. Na, Gucci? Was? Ach so. Hä? Äh... Guten Morgen, liebe Welt. Ich bin digital... Äh... Aufgerüstet diesmal. Schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Okay. Der Aufzug ist wichtig. Gut. Ja, gut. Inwiefern man das Aufzug nennen kann. Also ein Mensch würde da nicht reinpassen. Vielleicht ein Mensch, eine Brust oder so, aber... Naja, okay. Höh. Hihihihi. Da ist es einfach so niedlich. Aber die Stadt sieht auch komisch aus, irgendwie. Hm. Hui. Dankeschön, lieber Eimer. Ja. Was? Der Eimer-Lüft geht wieder zurück. Okay, 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 okay. Okay. What? Huh. Warte. Ich erinnere mich an die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemanden versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Ja, da... Ja, hm. Diese Postkarte, das Mauerbild, wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Okay. Postkarte und Mauerbild. Neuen Gegenstand errungen. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Okay. Neue Erinnerung wiedergefunden. Ah. Okay, wir gucken uns mal die Postkarte an, ne? Untersuchen. Ja, das sieht man nicht so ganz. Wir fragen mal B12. Die Außenwelt. Wir werden den Himmel wiedersehen. Das verspreche ich. Oh, schön. Das gefällt mir. Wenn wir den Himmel wiedersehen, dann ist alles in Ordnung. Aber wir haben jetzt durch diesen B12 jetzt ein paar Möglichkeiten, hier auch ein bisschen was zu entziffern und ein bisschen was zu lesen auch, nicht? Oder etwa nicht? Oh, ich finde es cool. Was ist denn das hier? Benzin? Ne, das ist Frittierfett. Und hopp. Ich könnte mir sogar jetzt mit irgendwelchen Hoppy-Kameras diskutieren, wollte ich gerade sagen. Äh, sprechen oder irgendwie so. Hopp. Okay, was ist das? Okay, hier gibt es Menschen, beziehungsweise Robots. Robots. Das sieht ja alles halt so chinesisch aus, teilweise, ne? Wie, 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 so stelle ich mir auch China oder Japan vor oder, oder sonst was, wo an jeder Ecke hier so eine Nudelbude ist, ne? Hier ist noch ein Fahrstuhl. Was man das so nennen kann. Huh. Hopp. Okay, dann wollen wir mal. Hopp. Ich finde es so niedlich. Hau ab, ihr scheiß Quarkbällchen. Hau. Hau. Oh Gott, oh Gott, oh. Ich habe gerade, ich, ich habe gerade meine Hand, ich wollte, egal. Und dann kommen so Quarktaschen da angeflogen. Hm. Okay, jetzt reicht's. Jetzt habt ihr's übertrieben. Jetzt kommt, äh, übersetzen. Sicherheitszone. Okay, Sicherheitszone. Okay, ihr Quarktaschen, kommt nachher. Jetzt müssen wir echt wieder rennen um unser Leben hier. Ja, na, springt, wo, was, was, was soll das? Weg hier. Nö, nö. Ah. Wohin? Oh Gott. Ah. Ha, 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 ha. Das war... Ja. Hä? Sind die explodiert? Iiih. Macht noch beklopptere Urwaldgeräusche hier. Tja. Legt euch nicht mit Gucci an. Denn ich bin der Gucci-Mann.